der Punkt der Ausschlaggebend ist. Man kann es eigentlich mit dir und Jan vergleichen. Wenn man sich den Kreis anschaut, eine Sekunde... So, dieses Zeichen meinte ich. Wie man hier sehen kann, im Dunkeln gibt es das Helle, im Hellen gibt es das Dunkle. Daraus folgt einfach in einem Menschen, der Introvertiert ist, gibt es auch etwas Introvertiertes. In einem Menschen, in dem es etwas Introvertiertes gibt, gibt es auch etwas Introvertiertes. Das ist einfach diese Balance, und das muss man auch mit dem Förder, das ist total. Der Schlüssel ist einfach Gleichgewicht. Der Schlüssel ist einfach Gleichgewicht. So. Das ist mir nicht so gut gegangen. Das war in meinem Kopf irgendwie lustiger, als das tatsächlich geworden ist. Wie gesagt, der Schlüssel ist Gleichgewicht. Und zum Beispiel auch bei mir ist es so, die meisten Menschen denken, dass ich ein sehr exorizierter Mensch bin. Aber ich habe auch Phasen, wo ich einfach zu Hause bin, zum Beispiel an meine Videos schneide, meine Fotos bearbeite, Texte schreibe, Gedichte schreibe, allein mit Kopfhörer auch noch trainieren gehe oder sowas. Und einfach auch mal das genieße. Obwohl ich auch jemand bin, der in der Gruppe Energie tanken kann, braucht auch mal die Zeit für mich selber, wo ich mich sammle, wo ich Entscheidungen für die Zukunft treffe und einfach mich auch mal besinne und auch dauernde Energie tanke. Das sind zwei verschiedene Abläufe von Energie, über Yin und Yang. Und du brauchst einfach beide Sausen davon. So, nun sind wir beim Ende des Videos angekommen. Oh, vielen Dank. Oh, weiter Seite. War das lame? Ich glaube schon, oder? Nochmal. So, wir sind beim Ende des Videos angekommen. Schön, dass du bis hierhin geblieben wirst. Hier irgendwo welche hinstellen, das du auch nicht kannst. Hier kannst du auf Instagram und auf Snapchat mich besuchen. Wir werden diesen Weg zusammen bestreiten. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal. Auf diese Art und Weise, so paradox ist es auch klingen mag, wirst du durch deine negative Art einfach glücklicher im Leben sein. Und das ist das Geile daran. Es ist ein Paradox, aber es funktioniert. Willkommen zu meinem zweiten Video. Schön, dass du da bist. Heute reden wir darüber, warum Negativität gut für dich ist. Negativität gut für mich? Ja, gut für dich. Das war das Lächelste, was ich wahrscheinlich jemals gemacht habe. Aber weiter geht's. Die Frage, die sich auf jeden Fall jetzt stellt, ist, warum brauchst du Negativität? Du brauchst Negativität, weil einfach jeder Mensch von sich aus schon hat. Weil Negativität ist in dir drin. Du kannst von mir aus der glücklichste Mensch sein, der lustigste, der jemand sein, der die ganze Zeit vor sich hinlacht und alles schön sieht. Aber irgendeine Motive in dir drin hast du einen negativen Aspekt. Das kannst du nicht leugnen, weil du bist ein ganz normaler Mensch. Das heißt, wenn du sie nicht akzeptieren willst, dann wirst du auch nicht dazu führen, dass du sie irgendwie verarbeiten kannst und sie instrumentalisieren kannst. Die Negativität wird in dir schlummern. Negativ. Negativ. Wenn du dir in dir schlimmer negativen Gedanken nicht bewusst bist und sie in sich mentalisierst, dann wirst du sie immer weiter aufstehen und sie werden irgendwann ausbrechen. Vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen. Das weißt du selber, aber irgendwann wird das passieren. Und wenn es passiert, dann wird es außerhalb deiner Kontrolle geschehen und es wird nicht gut für dich sein, es wird für dich nicht gut aussehen. Das heißt, für die lange Zeit ist es für dich besser, wenn du deine Negativität einfach mal bewusst bist und sie benutzt und sie auch ausliebst vielleicht mal, damit du sie auch mal vielleicht genießen kannst sogar. Du musst einfach den Menschen halten, die Kontrolle über sich selber. Das heißt, wenn du deine Emotionen nicht kontrollierst, dann kontrollieren sie dich. Dazu gehört aber auch, dass du deine negativen Emotionen kontrollieren kannst. Und Kontrolle ist eben nicht, dass du sie verdrängst. Verdrängen ist keine Kontrolle. Verdrängen ist einfach nur eine Maßnahme von dir, dass du quasi alles wegspierst, was dir ungebar ist, damit du keine Angst hast, damit du deinen Alltag ein bisschen leichter gestalten kannst. Aber das geht auf Dauer nie gut, weil du musst manchmal auch den harten Weg nehmen. Dazu gehört auch einfach, wie gesagt, dass du deine negativen Emotionen mal auslebst. Das Beste ist, wenn du weißt, wann sie auftreten werden, dann hast du die Kontrolle darüber. Aha, da, da. Du bist so im Fluch. Kalt schon, mein Freund. Entweder kontrollierst du deine negativen Emotionen, oder sie kontrollieren dich. Es ist kein Mittelweg. Was für Folgen ist aber für dich, wenn du deine Negativität auslippst. Was kann es dir Positives bringen, dass du eventuell mal hin und wieder negativ bist? Oder depressiv, melancholisch. Was bringt es dir? Ausgeglichenheit. Du wirst ausgeglichen sein. Das wird dazu führen, dass du einfach als Mensch jemand bist, der nicht unruhig wird. Warum? Weil du hast einfach diese Seite in dir drin. Das heißt, wenn du sie nicht auslippst, dann tust du etwas von dir verdrängen, einen Teil von deinem Leben, einen Teil von deinem Charakter einfach wegsperren. Und dein Mensch kann nicht ausgeglichen sein. Du bist wie eine Waage. Und wenn du nur den positiven Aspekt lässt, und den negativen Aspekt gar nicht mehr total gekommen bist, die ganze Zeit ist unten schlummert. Damit es nicht gleichwertig ist. Das wird einfach dann so sein oder so sein. Aber es ist nicht gut für dich. Du bist ein Mensch. Das heißt, du musst so sein. Nicht zu depressiv. Nicht zu glücklich. So. Damit du stabil bist und langfristig glücklich sein kannst. Energy. 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 So, jetzt bist du ausgeglichen. Wozu führt das? Das führt dazu, dass du auch authentisch bist, automatisch. Warum? Weil ein Mensch, der nicht im Reinen mit sich selber ist, der kann auch nicht authentisch sein. Weil wenn du nicht selber weißt, wer du bist, wo du stehst, was du bist einfach, der kann nicht den anderen Menschen vermitteln, was er ist. Als Folge dessen, wirst du einfach auch präsenter werden. Weil Präsenz kommt daraus, dass du einfach als Mensch jemand bist, der weiß, wo er steht, was seine Schwächen sind, was seine Stärken sind. Und wenn du all das hast, dann kannst du im Moment machen, was du willst, aber du bist immer on point, weil du einfach weißt, wo deine Grenzen sind, was du bist, wer du bist, wohin du gehst. Und vielleicht sogar das Beste darin, das habe ich eigentlich schon jetzt indirekt öfter mal gesagt, ist einfach nur, dass du dich selber besser kennenlernst. Und das ist eine der wichtigsten Sachen, die man haben kann in deinem Leben. Wenn du nicht weißt, wer du bist, dann, was bist du, wer du denkst? Es wird eine der schönsten Nebenwirkungen überhaupt haben, wenn du anfängst, deine negative Seite, deine depressive, deine melancholische, deine traurige Seite auszuleben. Und das ist die Inspiration. Wenn du nur dich auf das Beste schränkst, dann wirst du niemals so eine vielfältige Kunst entwickeln, wie du es könntest. Die negativen Emotionen sind einfach eine der Schlüsselkomponenten dazu, dass du kreativ bist, dass du Inspiration schaffst. Das gerade zum Beispiel ist an einem Tag entstanden, wo ich traurig war. Okay, was heißt traurig? Er melancholisch war. Und jetzt einfach verarbeitet. Das heißt, was hat irgendwelche Bedeutungen natürlich für mich, die kann man jetzt natürlich nicht so direkt erklären, aber es hat mich dazu entschieden, das zu schaffen. Und vielleicht findest du es nicht mal schön, aber für mich selber war es einfach ein Ding, das ich normalerweise niemals gezeichnet hätte. Und das hat mich einfach dazu inspiriert, etwas auszuprobieren, was ich normalerweise in meinem alltäglichen Leben, wenn ich immer nur positiv sein würde, was ich dann jemals eh sein kann, das heißt zumindest vorspielen würde, niemals hätte machen können. Kommen wir zur größten Frage. Wie kannst du es alles erreichen? Wie schaffst du es, dass du deine traurige, deine melancholische Seite hin und wieder mal auslebst, kontrollierst, damit du dein Leben bereichern kannst und nicht dadurch in die negative Schiene rutscht und depressiv wirst, sondern es eher dazu benutzt, dass du ein schönes Leben hast. Die Antwort ist eigentlich einfacher, als man denken würde und ist auch leichter gesagt, als getan. Du musst einfach deine Stimmung spüren und deinen eigenen Körper auf ihn hören. Dazu gehört einfach nur mal, jeden Moment dir bewusst zu sein, wie du bist. Dabei ist Meditation zum Beispiel sehr wichtig. Ich habe schon im letzten Video gesagt, dass Meditation einer der größten Komponenten dazu ist, dass du deinen Körper und deinen Geist besser kennenlernst. Dadurch weißt du einfach, in welchem Moment du dir langsam traurig wirst. Minimal vielleicht, weil du es normalerweise nicht mehr bemerken willst. Vielleicht ist es einfach nur ganz in deinem Hinterkopf. Aber jetzt weißt du es und kannst es bekämpfen und auslassen und rauslassen. Sobald du ein Fünkchen von Traurigkeit in dir fühlst oder depressive Stimmung, musst du es einfach ausleben. Auch wenn es so minimal ist, um die Nummer es längst, das ist noch nicht der Rede wert, dann musst du genau in diesen Momenten das ausleben, damit es dich nicht anstaubt und es krass sozusagen deinen Charakter beeinträchtigt. Einfach bei jeder Kleinigkeit, wo du dich traurig fühlst. Nicht vielleicht genau in diesem Moment, weil du vielleicht draußen bist und in einem sehr guten Moment bist gerade und es sich nicht passen würde. Aber sobald du zu Hause bist, sobald du alleine bist, lebe es einfach aus. Sehe deinen Kopf heraus. Hör dir irgendwas an, was dich berührt, was dich emotional macht. Und tu irgendetwas, was dich auslebt. Sport, geh trainieren, hör Musik, schau Filme an, spiel auf deiner Gitarre, spiel auf deinem Klavier, zeichne, fotografiere, mach von mir aus Tonfiguren. Aber mach irgendetwas, um diese Energie rauszulassen. Von mir aus kannst du sogar weinen, wenn du dich damit gut fühlst. Das ist nicht jedermanns Sache, aber vielleicht bist du einer von diesen Menschen. Dafür brauchst du dich auch nicht zu schämen. Dadurch, dass du deine Probleme haben, der Wurzel anfangs und sobald du quasi negative Emotionen hast, diese auch gleich aussiebst, will es dazu führen, dass du niemals den Moment haben wirst, wo sich deine Emotionen aufstauen. Wo es sich quasi so weit anstaubt, dass du es nicht mehr halten kannst, wo es auch sehr unkontript herausbricht. Und deswegen ist es auch viel, viel einfacher sein, deine Emotionen zu kontrollieren. In der ersten Zeit natürlich nicht so sehr, weil du dich erstmal daran gewöhnen musst, die ersten paar Tage, Wochen vielleicht sogar, je nachdem wie depressiv du von Grund auf bist. Aber du wirst dich daran gewöhnen und es wird dein Leben bereichern. Ach, du bist ja noch da. Schön, dass du noch da bist. Auf jeden Fall. Das war ein lames Fuck. Und schon sind wir am Ende des zweiten Videos angekommen. Je nachdem du darüber geredet, wie die Emotionen dich beeinflussen können und wie du sie auch beeinflussen kannst. Vor allem, damit du ein schönes Leben hast. Wenn dir das Video gefallen hat, wie beim letzten Video schon, teile es, kommentiere es, tust bei den Empfehlen an Leute, die vielleicht publischt haben, dass sie negativ sind. Wie gesagt, macht es ja unglaublich Spaß. Und danke für eure zuhören. Oh, es ist toll. Oh, ich danke dir. Oh, es ist mir gut auch. Ich habe immer noch nicht gesagt, hier irgendwo... Ich mach das jetzt. So. Ich muss jetzt, ich muss jetzt Stop drücken.